Die Football Association of Malawi ist der Fußballverband Malawis. Der Verband richtet die malawische Fußballmeisterschaft, die in der TNM Super League ausgespielt wird, aus. Zudem werden die Spiele der Malawis-Chen-Fußball-Nationalmannschaft vom Verband organisiert. Der Verband ist Mitglied in der FIFA, der CAF und des COSAF-H. Geschichte Der Verband wird hauptsächlich mit der Malawis-Chen-Fußball-Nationalmannschaft verbunden, welche The Flames genannt wird. Die Mannschaft versucht seit den 1960ern sich für internationale Turniere zu qualifizieren, erreichte aber nie die Endrunde einer Weltmeisterschaft. Jedoch nahm man 1984 und 2010 an der Vorrunde der Afrika-Meisterschaft teil, schied bei beiden Turnier aber in der Vorrunde aus. Die größten internationalen Erfolge erzielte man beim CUS-AFA-Cup, als man 2002 und 2003 Zweiter wurde. Den CIC-AFA-Cup konnte man dreimal gewinnen, zuletzt 1988. Später kam es zu einigen Wechseln in der Führungsebene, in der Hoffnung endlich internationale Erfolge zu erzielen. Diese Maßnahmen zahlten sich aus, da man sich in der Weltrangliste von Platz 137 auf Platz 78 hochspielen konnte. Der Präsident des Verbandes sagte, dass die Mannschaft das Ziel habe, sich für die Weltmeisterschaft 2022 zu qualifizieren. Berühmte Spieler Enast M.T.A. Walli Daniel Ciciculo Esau Kanienda Enast M.T.A. Walli